Fast alles. Darf ich bei euch rauchen? Selbstverständlich, du bist doch ein freier Mensch. Auf die Freiheit. Das ist doch alles kein Problem, die Rolle weiterspielen. Das ist das Entscheidende. Das ist immer wieder, wenn ich jetzt sage, wenn du denkst, ich habe gerade Ariane erzählt, die Kleinigkeiten, dass du zuerst einmal, wir reden ja von Klangfarben, okay, und von Mal, von sichtbaren Farben. Wenn ich jetzt das Ganze physikalisch betrachte, was du feststellst, dass wir ja wissen, als gebildete Menschen, dass das, was wir hören, sind Frequenzen, niedere Frequenzen, das sind sogenannte Niederfrequenzen im hörbaren Bereich, Schwingungen. Aber wir wissen auch, was wir sehen, dass die Farben ja auch Frequenzen sind im hochfrequenten Bereich, im Nanometer-Bereich. Du hörst zum Beispiel zehn Oktaven, du siehst aber bloß eine Oktave. Also der sichtbare Bereich ist eine Oktave, ist natürlich viel, viel, viel höher. Was mir jetzt wichtig ist, dass du begreifen musst, dass das im Prinzip, wenn du träumst, dass dieser Traum ein breitgefachertes Hören ist. Das klingt jetzt, wenn ich sage, das, was wir sehen nennen, ist eigentlich wir hören, wir sehen Frequenzen. Im tieferen Bereich hörst du die bloß. Darum ist auch das Auge in der Funktion, wenn wir hier in die reine Biologie des Trockennasenoffen reingehen, die ja nur ein Konstrukt ist. Das ist mir so unheimlich wichtig, dass du das begreifst, dass du bei dem Wort Mensch eine ganz klare Vorstellung von einem menschlichen Körper hast und du mit deinem momentanen Schwamminhalt bestimmst, wie der Mensch aussieht in deinem Traum. Du bestimmst auch die physikalischen Gesetze in deinem Traum aufgrund eines Schwamminhalts, den du dir nicht raussuchen kannst. Das ist aber in Wirklichkeit um ganz was anderes geht. Darum sage ich immer wieder, dass hier mit einem anderen Programm könnte die Welt komplett anders ausschauen. Egal, was du dir jetzt eventuell über deine Logik hinaus vorstellen kannst, bau das trotzdem auf deiner Logik auf. Das ist so die Schwierigkeiten, darum ist in den ersten Science Fiction die Außerirdischen immer noch irgendwie menschenähnlich, bis dann das Alien kommen ist, wo man es dann zu dir ähnlich gemacht hat, weil du ja prinzipiell nur was ausdenken kannst, was deine Logik hergibt. Das ist dieses Beispiel, wo ich immer sage, die alten Betriebssysteme Basic, was konnten die auf dem Bildschirm darstellen? Die konnten Farben darstellen und die konnten Worte darstellen. Buchstaben, aber da hat es keine Schriftarten gegeben. Das ist einfach nur eine Erweiterung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe im Computer die Möglichkeit, wir bleiben mal bloß bei unserem ABC, dann hast du die Buchstaben und die Ziffern und die Sonderzeichen und das sind natürlich, sind ja Binärcodes und dann ist es eigentlich dieses klassische Sonderzeichen. Ich reduziere das jetzt einmal runter. Das sind die ersten Digitalanzeichen, waren die sogenannten Sieben-Segment-Anzeigen. Das sind die Sieben-Segment-Anzeigen. Das sind, du denkst dir jetzt einfach hier sieben Segment, das sind sieben Striche. Okay? Das heißt, du denkst jetzt eine Acht. Eins, oben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wenn ich jetzt Acht mit Strichen zeichne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und wenn ich jetzt die Eins laufen lasse, leuchten die zwei Striche. Bei der Zwei leuchten die Striche. Ist jetzt wahrscheinlich spiegelverkehrt. Bei der Drei leuchten, ich mache es nochmal so. Ja. Okay. Da habe ich spiegelverkehrt gedacht, müsste jetzt Stimmer eigentlich auf der Aufnahme. Das ist eine Sieben-Segment-Anzeige. Nichts anderes ist es jetzt, wenn du einen normalen alten grünen Monitor gehabt hast und du hast jetzt da Ziffern angegeben, dann haben wir hier in der Anzeige ein paar Lämmchen geleuchtet, die natürlich hier aufgebaut wurden mit einem, doch bei der alten Röhre, mit einem Elektronenstrahl, dass dann genau an der Stelle die aufgeleuchtet haben. Jetzt bei dem modernen Computer, wenn wir auf dem Monitor haben, jetzt haben wir ja unsere Pixels statisch als Lämmchen. Du musst dir jetzt vorstellen, was ich ein paar Mal schon gesagt habe, bei Schriftart ist nichts anderes, dass wir praktisch, wo die Buchstaben stehen, denkst du dir kleine Fenster mit Pixel und da ist jetzt immer noch wie im alten Basic, wenn wir das A oder irgendeinen Buchstaben oder Ziffer darstellen, die dargestellt werden muss, wird in diesem Fenster mehr oder weniger die Lämmchen aufrechten lassen. Die sind natürlich jetzt wesentlich mehr wie bei einer Sieben-Segment-Anzeige, weil da machen wir die Buchstaben oder die Ziffern nur mit diesen sieben Strichen. Ja. Und dann leuchten innerhalb dieses kleinen Fensters genau die Bündchen auf, die dann dem Buchstaben oder die Ziffer darstellen. Und wenn du die Schriftarten veränderst, wird praktisch das wie ein kleiner Monitor, der dann diesen Buchstaben A, je nachdem welchen Schriftartentreiber du benutzt, kann man andere Schriftarten darstellen. Mhm. Der Computer selber verarbeitet zuerst einmal nur das Signal des Buchstabens oder der Ziffer. In der Darstellung kommt dann der Schriftartentreiber dazwischen, was mit Basic ja noch nicht gegeben hat. Mhm. Das ist aber immer noch hochgerechnet mit dieser Logik. Das sind nur Erweiterungen. Mhm. Okay? Ja. Und das ist jetzt alles, was ich euch erkläre, ist Wissen. Das ist jetzt das offizielle Wissen, das du in deinem Kollektivwissen im Hintergrund hast. Ob du das weißt oder nicht, du bist untrenbar mit deinem Kollektivwissen verbunden. Darum weise ich immer darauf hin bei den Ohrenbahrungen. Ich spreche jetzt in den Metaphern in erster Linie, weil du ja in deinem Schwamm, auch wenn du überhaupt nichts mit den Kirchen zu tun hast, ist es dein ganzes Umfeld jüdisch-christlich geprächt. Mhm. Ob man da jetzt selber in seinem privaten Schwamm ein Elternhaus hatte, das sehr kirchenorientiert war oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Es ist aber hier christliche Kultur. Mhm. Du kannst natürlich in einer muslimischen Kultur aufwachsen, die ist jüdisch-muslimisch geprächt. Weil ja aus dem Juddum, jetzt Altes Testament, Abraham, die Moslems sind ja nur Zweig von Ishmael. Mhm. Und die Christen sind ja nur, kommt ja alles aus dem Alten Testament. Das ist eine Geschichte. Aber genau genommen ist es ein Programm. Wo ich immer wieder gleich dazu sage, in einer Struktur. Ich sage, ich könnte dasselbe jetzt auch hinduistisch geprägt darstellen. Oder taoistisch geprägt darstellen. Dann sind die Sprachen, dann ist es wie ein komplett anderes Betriebssystem. Ja. Darum bleibe ich in diesen Metaphern, wenn ich das jetzt mal aufschaukle. Ja, neutral. Ich sage jetzt auch nicht, dass hier zum Beispiel das Christen und das Judentum besser oder richtig ist wie der Taoismus oder der Hinduismus. Aber es nützt ja nichts. Wenn wir jetzt hier Deutsch reden, müssen wir Deutsch reden und nachher nützt es nichts, wenn ich Chinesisch rede. Wobei Chinesisch eindeutig auch eine Sprache ist, ist ein ganz anderes System. Jetzt ist die Frage, was ist Richtiger? Richtiger gibt es nicht, weil mit Holofilling ja alles in einem großen System zusammenfällt. Das ist die allumfassende Weltform. Aber ich will das jetzt gar nicht so weit ausufern. Was mir wichtig ist, ist erst einmal der, der mich jetzt sprechen hört. Der sich das ausdenkt. Und das Erste, darum sage ich, ich erkläre dir zuerst einmal, was du bist. Du bist in deiner Welt das Einzige, was immer ist. In deiner persönlichen Traumwelt bist du das Einzige, was immer ist. Und im mehr zu sein, heißt, dass du was bist, was nicht existieren kann als Ding an sich. Was existieren, sind Gedankenwellen. Wieder an den Anfang hingehen, stellen wir uns jetzt vor als Frequenzen. Und ich sage immer wieder, Frequenzen hat nichts zu tun, dass irgendwas schwingt. Das ist mehr ein sehr komplexer Einheitskreis, was hier dann unsere klassischen Wissenschaftler gemacht haben. Ob ich mir das jetzt Arigmetiker denner, dass die aus dem Einheitskreis, was reine Winkelfunktionen sind und Winkel sind eng. Jetzt mal in unseren Detraeder-Spiegeln. Dass die das sich ausdenken und dann in einer chronologischen Zeitvorstellung vor sich hinstellen. Aber da kann ich tausendmal sagen, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, egal was du denkst, du kannst es bloß jetzt denken. Es ist so trügerisch, sich zu denken, dass irgendwann einmal in der Vergangenheit dieses oder jenes war. Es war nie in der Vergangenheit, es ist jetzt in deinem Kopf eine Information, weil du das jetzt denkst. Jetzt ist natürlich, dass all das, was in dir auftaucht, wichtig ist. Ich sage, das sind Baselstücke, Butzel, ausgestreute, ausgebreitete Schatten. ZL ist die Geburt von Licht. Das heißt, im roten Licht, deiner eigenen Geist, wird jetzt ein blaues Licht. Das nenne ich mir Schatten. Wenn man an unseren Diaprojektor denkt. Ja. Sobald wir uns die Lampe im Diaprojektor denken, denken wir uns ein rotes Ich. Und ich sage immer, rot steht für etwas, was eigentlich gar nicht gedacht werden kann. Und so ist es ja so, dass du jetzt im klassischen Sinn, jetzt in einer raumzeitigen Vorstellung, wenn du jetzt hier einen Videobeamer zum Beispiel laufen hast, siehst du die Lampe in dem Videobeamer nicht. Die denken jetzt schon wieder rein. Genauso denkst du dir einen Geist in deinen Kopf rein. Oder in irgendeinen Kopf. Einen Geist. Einen Geist kann man nicht denken, der ist rot. Bewusstsein ist dasselbe. Selbstbewusstsein. Was die Menschen Selbstbewusstsein nennen, das bezieht sich auf das blaue Ich. Und nicht auf das rote. Weil rote Selbstbewusstsein, kann ich mir zwar denken, das müssen wir rot schreiben. Das heißt, das ist etwas, was gar nicht existieren kann. Denk an das Wort Nichts. Aber was denkst du, wenn du nichts denkst? Ein wunderschönes Beispiel. Dann denkst du an das Wort Nichts. Aber das Wort Nichts ist ja etwas. Es beschreibt aber etwas, was nicht gedacht ist. Wir müssen uns ja vervollkommenen. Nichts, aber auch Nichts. Wenn man es wirklich verstanden hat, dann wirst man irgendwann mal wirklich auch verstehen, dass vergängliche Erscheinungen, mit denen du konfrontiert wirst, es ist ein kundinogen aus dir und es fällt wieder in dich rein. Das ist hundertprozentig sicher. Du bist ein verliebender Menschheit, setzt schon wieder voraus, dass du das zweite Geburt triggst. Weil Menschheit entsteht in dem Moment, wo du an Menschheit denkst. Und ich kann immer nur sagen, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, wenn du das nicht akzeptierst. Du meine, ich gebe jetzt nicht irgendeinen Gedanken von mir. Ich meine den, der mich jetzt ausdeckt. Du wirst bis in alle Ewigkeit leiden und du kannst das jetzt abstellen. Jetzt. Wenn du da nicht durchgesprichst. Du musst das nicht einmal verändern. Lass das weiterlaufen. Aber begreife, dass du was anderes bist wie ein Gedanke von dir selbst. Jetzt könnte ich mit der Zeitfenster aufspannen und sagen, das predige ich Gebets, wir haben seit über 30 Jahren. Weil du die letzten 30 Jahre viel Freude hattest, aber auch viel gelitten hast. In deinem stillen Kämmerchen. Weil du musst immer für alles bezahlen. Du musst für die Bräute, für den Wellenberg, musst du das Wellental. Wenn du das eine bist, dann ist das andere auch weg. Und dann kannst du sagen, dann gibt es mich ja nicht mehr. Feutsche Aussage. Dann gibt es mich ja nicht mehr. Du verwechselst dich immer noch mit deinem Gedanken. Dich gibt es immer mehr. Immer. Du siehst immer nur deine wogende Oberfläche an. Das sind die Informationen, die einen ständigen Wechsel unterliegen. Diese Sprüche ist ohne Anfang und ohne Ende im Jetzt. Schon einen Anfang sich zu denken, denkst du dir schon aus dem Jetzt wieder was weg in die Vergangenheit. Das jetzt gedacht wird. Alles, was du zu sehen bekommst, entsteht jetzt in dir und wird jetzt wieder in dir vermichtet. eine simple Erkenntnis. Jeder Gedanke, der in dir auftaucht, versteht dem gestehenden Gedanke. Jeder Blickwinkel auf deiner Verabrede, wenn du den Kopf drehst, jetzt bewusst, einen ausgedachten Kopf drehst, durch den du ja ordentlich schaust. Der aber nicht existiert, wenn du nicht an den Kopf denkst. Jetzt, wenn du an dich, glaube ich, Materialisten in deinem Traum hast, der nicht sagt, oh, so habe ich das ja überhaupt noch nie gesehen, stimmt ja eigentlich, wenn ich an meinen Kopf nicht denke, existiert er ja nicht. Dann kannst du mit dem weiter über dieses Thema reden. Wenn einer dich abfällig anschaut, als wenn du der größte Verrückte den wärst auf der Welt, lass es ein. Das ist sinnlos. Du kannst es wirklich an Stein erklären, der wird genauso viel verstehen wie diese Figur. Du lässt dich am besten wirklich reinfallen und du ersparst dir sehr, sehr viel. Dann war die Welt schon mal sehr, sehr klein. Das passiert aber erst ab einer gewissen Reife. Darum kann ich immer wieder nur sagen, Holofilling ist nicht für die Menschheit, die du dir ausdenkst. Das ist für dich. Das ist das Einzige nur für dich. Und da selektiert sich das von selber. Ihr wisst immer wieder, hier sage ich jetzt immer Geistesfunk, das sind verschiedene Programme. Wenn die Programme eine gewisse Reife haben, du wirst mit dem Ich-Bin-Du konfrontiert und das sind oft so unterschiedliche Charaktere, die lesen und sagen, das ist anders. Da ist irgendwas, wo das merkt, dass das komplett anders ist. Das ist dann auch ein Geist im Hintergrund. Und alle Figuren, die in dir auftauchen, die da anders reagieren, die musst du einfach abhaken. Die größten Feinde sind eure eigenen Hausgenossen. Weil man versucht, innerhalb der Logik den eigenen Lieben der Familie das dann inzubegrücken und dann fällt es erst einmal ein riesen Schwall von Hass auf dich zurück. Weil sie brauchen nicht Angst, um dich an eine Sekte zu verlieren. Das ist auch immer in Sachen loslassen können. Das Zauberwort loslassen. Das ist es nur, kann ich schon loslassen von meinen Marotten. Aber wichtig jetzt, es geht mir nicht um die Figur. Ich rede ja immer nur mit dem Geist. Das ist jetzt, jetzt kommt wieder so ein eigenartiger Widerspruch. Er sagt, auf der anderen Seite, ich kann alles verändern. Und dann sagt, ich brauche nichts zu verändern. Ich sage mir, ich rede mit verschiedenen Ichs. Ich rede prinzipiell niemals mit einem Körper. Ich unterhalte mich auch nicht mit dem Menschen, der ja ein ganzes Menschenleben ist, vom Säugeln bis zum Kreis. Das ist übrigens so eine Sache, wo jeden einleuchtet, aber wo keiner gecheckt, wenn die an einen Menschen denken, denken sie immer an einen ganz bestimmten Körper. Weil die ist schon in der Falle dieses chronologischen Denkenstrets. Mit den Zeitpunkten. Da sind wir sich in den letzten Selbstgesprächen darauf eingegangen. Und bis Geist und Geist rot geschrieben, kann man auch Licht nennen oder Energie nennen. Und das ist wirklich die Grundlage. Ich mache immer ganz einfach 200 Gramm rote Gnete draus. Die symbolisiert diese Energie, dieses Nichtdenkbare oder das Licht, die Lampe im Projektor. Und die wird an der Oberfläche im Außen, im ausgedachten Außen auf unserer Leinwand ständig umgefahren. Wobei natürlich, wenn wir jetzt das Engelisch sehen, Engelisch, das heißt, wenn du ein Geistesfunk in einem gewissen Maße ein Engel, der eine Gestalt angenommen hat, ein Engelisch, wenn wir das Englisch sehen, dann wirst du feststellen, dass aus Brezlich aus dieser Leinwand, dieses hebräische Wort heißt auch Linen. Ja. Linen. Linen in Engelisch. Das heißt, das Licht ist Linen. Genau. So ist es. Ja. Ja. Linen. Kein Blackout, Licht ist innen. Das ist übrigens, wenn man da tiefer reingeht. Ich mache jetzt das extra, wenn es spannend ist. Ich nehme das Wort nicht her. Wir schauen noch mal ganz kurz, ich überdraue mal schnell mal den Bildschirm. Ja. Ich muss gerade was sagen, es rattert. Es rattert. Jetzt ist gut, wenn du sprichst, dann ist es weg. Ah ja, müssen wir öfter was sagen. Gut. Wir müssen das Licht einnennen. Wir machen das einfach mal so. Schauen wir mal, was das alles macht. Schau her. Da haben wir jetzt zwei hier. Das heißt, eine polare Öffnung. Ja. Okay? Ja. Ich nehme mal hier im Leinen. Ich nehme das mal gleich das Leinen des PD direkt. Pass auf, wir machen das ja so. Schauen wir mal, außen, außerhalb polar geöffnet. Eine polare Öffnung. Das ist in Hebräisch über diese Radix. Hat übrigens den Totalwert 6, den äußeren Wert 6, den Adpash-Wert 400, der Gespiegel und den Pyramidenwert 8. Jetzt lasst uns das einmal Pyramidenwert, ich will das jetzt nicht genau erklären. Wichtig ist, 6 ist aufgespannt. Ja. Okay? Adpash ist immer der gespiegelte Wert. Das wird zu einer Erscheinung. Sobald was aufgespannt wird, wird es zu einer Erscheinung. Und das ist immer eine Kollektion. Okay? Ja. Jetzt pass auf, das ist das Hebräische, was für etwas Abgetrenntes. Ja. Das All 1 sein, das Ain setzt du jetzt mit einer 70, dann hast du es einen Augenblick. Okay? Das heißt L-Ain, heißt zu einem Augenblick werden. Da haben wir zuerst mal unseren roten All, dann haben wir das Line, da steckt das Line schon mit drin. Das müssen wir jetzt aber blau lesen, das fängt zu existieren an. Das ist die Schöpfung einer raumseitigen Erscheinung, ST, beziehungsweise zu etwas Abtrünnigen, gespiegelte Erscheinung. Raumseitige Spiegelung. Bist du dabei? Ja. Weil ST als 60.9 geschrieben, heißt ja abtrünnig, etwas Abtrünniges, es geht aus dir heraus, du stellst das vor dich hin. Dasselbe Wort hast Balgen. B-Al heißt in Gott. Ken ist unser berühmtes Fundament, F-Under. Wir haben die Facette einer Welle, die überlegt und verbreitet wird. Mhm. Da haben wir tausendmal durchgenommen. Du müsstest jetzt bloß, ich mache mal den Balken ganz kurz. B-Al heißt in Gott. Mhm. Mhm. In Gott. Ohne Erklärung. Okay. Ken. K-N. Fundament. Das ist erst einmal die Basis. Basis ist ein anderes Wort dafür, das Fundament ist übrigens das griechische Wort Basis, heißt worauf man tritt. Ja. Worauf man tritt. Da ist jetzt schon Tri. Da haben wir schon diese meine Reihe. Mhm. Stellt dir das Wort tritt jetzt vor. D-R-I-T-T. Mhm. T-R-I-A-F-E-B-R-E-I-A-S-T-Meine-Reihe. T-R heißt drei, I am Ende heißt mein, meine Reihe, besteht immer aus zwei Spiegelungen, T-T oder zwei Erscheinungen. Mhm. Okay? Ja. Und da kommt jetzt hier, das ist die Grundlage, die Basis, das kannst du jetzt nur, das ist schnell bewegen, Grundlage, das heißt der Geist wird rund und fängt, das Licht fängt zum Aging an. Ja. Das ist nicht willkürlich, wenn du das jetzt meinst. Und das ist auch, die Grundlage ist das Fundament, das lateinische Wort unter heißt Welle, mendio heißt etwas überlegen und Lügen verbreiten. Mhm. Aber alles nachschauen, wenn wir in Wörterbüchern reingehen. Okay? Das ist jetzt interessant. Das Abgetrennte ist die Schöpfung einer raumseitigen oder einer raumseitigen Spiegelung. Und das ist in Gott das, was du dir überlegst, über dich drüberlegst. Gott ist ja El Hayom. Das ist praktisch, du denkst jetzt über dir jetzt erst einmal eine Nulllinie dir aus, du denkst dir eine Nulllinie aus und machst auf die keinen Lügen verbreiten. Das Ganze ist eine Erfindung von dir und nur geistloses Geschwätz. Das Ganze, der Geist wird so ein Lied. Jetzt wieder denken, am Anfang des Gesprächs habe ich gesagt, wir haben hier Frequenzen, die wir hören und wir haben Frequenzen, die wir sehen. Das ist einfach nur ein sichtbares Lied. Ja. Wir können natürlich auch das Galforne lesen, dann haben wir schon wieder die Welle. Und die Ad heißt hier immer sein in der Ewigkeit. Das Ganze heißt auch Leinen. Du musst dieses Licht wieder einen. Okay? Ja. Ist auf einer Wand. W, doppelt aufgespanntes OND, heißt hin und her schwingen und das sind immer Lügen. Darum ist das dieses Wort, das sind original Wörter, kannst du im langen Schein nachschauen. Darum sind das alles Lügen. Deine Erfindungen und dein Geschwätz sind selbst Lügen. Du bist der Lügner. Okay? Ja. Jetzt können wir die Ölpresse. Öl ist ja schon wieder Oll. Ja. Schau, du kommst aus dem System nicht raus, wenn du das verstanden hast. Wenn einer sagt, da bin ich noch nicht so weit, da komme ich noch. Das Beschwerende, das Obere, die Höhe, das Joch, ins Joch gespannt werden. Ein Joch ist eine Gedankenwelle. Ich versuche, das möglichst einfach zu machen. Dasselbe Wort hast du auch Prophet und Schwätzer. Ja. Das sind lange wichtig. Du bist mit deinem Glauben ein Prophet. Es wird immer so für dich sein, wie du glaubst, dass es ist. Egal, an was du denkst, egal, was du glaubst, du bestimmst mit deinem Glauben, wie du das empfindest. Du bestimmst jetzt, ob der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, den du zuhörst, der Schwätz ist oder nicht. Du bestimmst es. Der Udo ist jetzt nur ein schwätzender Lautsprecher. Das ist das, was ich dir sage. Egal, welche Figur in deinem momentanen Traum aufdacht. Es ist eine Figur in einem Traum, die nur das reden kann, was du träumst. Alles, was ausgedacht wird, was in Erscheinung tritt. Und ich habe auch gesagt, du musst jetzt den Sprung gehen, dass du sagst, ich bin ein träumender Geist. In dem Moment bist du selbst kein Trockennasenaffe mehr in deinem Traum, sondern du wirst jetzt zur Quelle zum träumenden Geist, der aber auch was ausgedacht ist. Da siehst du jetzt, dass ein träumender Geist sich nicht raussuchen kann, was er träumt. Ja. Okay? Ja. Weil wenn ich sage, ich bin ein träumender Geist, mache ich mich ja schon wieder zu was ausgedacht. Aber ich habe so oft gesagt, das ist wesentlich intelligender. Wenn du schon gezwungen bist, um dich existieren zu lassen, an irgendwas zu denken, du bist was anderes wie ein Gedanke von dir. Ja. Ja, zwing dich eigentlich zu sagen, ich bin jetzt die Ariane oder ich bin der, der jetzt vom Computer sitzt und sich das Gespräch anhört. Das sind ausgedachte Dinge. Du magst dich zu einem sterblichen Trockennasen auf. Dann sag doch zumindest, nein, ich bin ein träumender Geist, dann bist du immer noch was Ausgedachtes, bist aber schon die Quelle für einen Traum. Ja. Aber als was Ausgedachtes, bist du auch was Erschaffenes und darum kannst du dir nicht raussuchen, was du träumst. Das führe dich eigentlich dem, was du wirklich bist, schon ein ganzer Stück näher. Okay? Also diese ganzen Profit und Schwätzer sind auch Wahrsager und ich sage, es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es wahr ist und wer bestimmt, was wahr ist, was wahr ist, doch du mit der Logik, die du zum Denken benutzt. Ja. Diese Logik, die du zum Denken benutzt, ist aber dein Schwamminhalt, die konntest du dir nicht raussuchen. Mhm. Stimmt oder stimmt? Jetzt haben wir dieser Wahrsager jetzt immer mit Zweig. Zweig geht, darum heißt das Wort auch Zweig. Es verzweigt sich was, weil du eben einseitig bist. Du schaust dem weder den Wellenberg an oder den Wellental. Du sagst dem weder jetzt ist es hell oder jetzt ist es dunkel. Ich sage, es ist beides gleichzeitig. Da gehe ich jetzt nicht nochmal drauf ein. Du sagst ja, ich kann ja bloß einatmen oder ausatmen. Ich sage, nein, das ist wie wenn du sagst, es kommt ja zuerst der Wellenberg und dann das Wellental. Du machst schon wieder ein kleines Zeitfenster vor dich hin. Du denkst dir schon wieder ein Sinus in einer longitudinalen Vorstellung, Entschuldigung, in einer longitudinalen ist in einer zeitlich-chronologischen Vorstellung. Mhm. Okay? Mhm. Das ist jetzt das typische Hebräische aus dem Denach, was jetzt hier die Juden noch dazu machen. Du siehst, da ist alles da, die Absonderung, das Glied, das Geschwätz, der Zweig, der Ast, der Schwätzer, der Lügner, der Wahrsager, Teil abgetrennt, einzig ein abgetrennter Teil. Mhm. Wir sind jetzt nur hier in diesen kleinen, in diese zwei Buchstaben, das steckt, Entschuldigung, da müssen wir rein, in diesen zwei Buchstaben, da steckt eigentlich alles schon drin, das ist das Aufgespannte, das ist spiegelgelesen, aber muss ich jetzt nicht erklären, so eine Erscheinung wird und in der Pyramide immer eine Kollektion darstellt. Mhm. Jetzt haben wir dieses Alleinsein ist das Licht innen. Und sobald mir das Licht auf einer Wand, einen Augenblick auf einer Wand, AIN mit 70 geschrieben, symbolisiert ja den Augenblick, das Auge. Ja. Wobei die Augen wiederum, jetzt wird es natürlich interessant, HIP, Konsonante Radix, A, G, N sind die Becken. Das sind die Polarenecken. Das sind jetzt die Ecken, wo du reinschaust. Ja. Okay? Ja. Das ist extrem viel, schalt einmal das wieder weg, aber darum sage ich, mach dich gar nicht verrückt, das verlangt keiner von dir, ich jetzt bei Holofeeling nicht, dass du das lernst. Es ist unnötig, du brauchst es nicht. Du solltest dich nur so weit interessieren, dass du merkst, dass es da ein System gibt, das allem fasst, über Religionen und über Physik hinaus. Das ist das Göttliche, das ist die Göttliche Physik. Die Göttliche Arrighetik und die Göttliche Alchemie. Die Göttliche Chemie. H2O. Ich muss mich oft wundern, wie unendlich geistlos, selbst wenn ich Geistesfunken habe, die einen Hauch von Interesse zeigen, dass ich immer wieder sage, wie hat man eigentlich Wassermoleküle entdeckt? Du weißt, wie viele Tausende Male ich das Beispiel bringe. Und dann kommt wie aus einer Maschine, wenn er ein bisschen an Allgemeinbildung hat, das wurde vor 200 Jahren schon entdeckt. Wie haben die vor 200 Jahren das entdeckt? Stell dir ein Glas Wasser hin und zeige mir, wie der das entdeckt hat, wenn er es nicht vorher wüsste. Das kann sich nur noch ausdenken, der das auf seinen Schwamm drauf hat. Wenn du jetzt einen Menschen nimmst, der das auf seinen Schwamm nicht drauf hat, der kann das nicht von außen entdecken. Das Decken immer, da ist der Beze längere Zeit draufgegangen, weil ich das Gespräch, da hat er mal in unserem Chat, hat er das Decken und das ganze Zeug. Ich sage, was ist, am Stammtisch habe ich einmal erklärt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Erfinden und Entdecken? Wenn wir jetzt dann reingehen in den Wort Decken, Pferde werden zum Beispiel gedeckt, jetzt sind wir wieder bei unserem Jesus, aber das sind geöffnete Ecken. Die Ecken. Das heißt, der Deckungsvorgang eines Jesus, eines Sus, hat ja was mit einem Zeugungsvorgang zu tun. Wenn man den Mardyrer denkt, das Mardyrium, der ein Zeugnis ablegt, ich weiß, wovon ich spreche, ob du das glaubst oder nicht glaubst, ist mir vollkommen scheißegal. Es ist dein Problem. Ich öffne dir eine Tür in eine vollkommen neue Welt, du bist ewig und so und so, ob du mir glaubst oder nicht. Die Frage ist, willst du noch ewig leiden oder willst du endlich einmal was Neues erleben? Wirklich Neues. Aber alles, was wirklich neu ist, macht dir Angst. Mir fällt gerade, wir kommen gerade in den Sinn, mein altes Beispiel hier, das ist wie, egal ob du jetzt ein Mann oder eine Frau bist, wenn du in die Pubertät kommst, beginnt dieses Gefühl von Sexualität in dir wach zu werden. Das kannst du dir nicht raussuchen, das passiert ganz einfach. Es ist nirisch, dieses Hingezogensein, der Deckungsakt. Okay, da beginnt irgendwie die Sehnsucht nach einem Deckungsakt. Und jetzt ist es natürlich interessant, dass ich immer wieder früher oft erzählt, man hat vom ersten Mal hat mal scheißangst. Man könnte was verkehrt, man hat dann so viel gehört, gelesen vielleicht drüber, irgendwas ist ja und das treibt dann diese Vereinigung endlich einmal mit einem Partner herbeizuführen. Jetzt ist es das Eigenartige, dass ich dann das Beispiel gesagt habe, ich habe einen Sohn und ich habe mit einem super Verhältnis wie zwei Freunde und der kommt zu mir, Papa, helfen mir. Und dann sage ich, Sohn, da kann ich dir dabei nicht helfen. Elementare Erfahrungen muss man selber machen, die musst du ganz alleine machen, dieses erste Mal. Egal wie es läuft, es kann wunderschön sein oder auch ein Chaos werden, es spielt keine Rolle, es ist das erste Mal, es ist halt fremd, weil du nicht weißt, was passiert. Aber ich kann dir nur eins versprechen, wenn man das immer öfters macht, kann das sehr, sehr viel Spaß machen innerhalb dieser Lebensphase, dann bist du dann in die dritte Stufe deines Lebens kommst, dann soll dir das wieder am Arsch vorbeigehen. Das ist das, was ich dann dazu sage, das ist wie Sterben, bewusst Sterben. Das ist diese Verbindung, nicht mehr mit irgendeinem Partner, sondern mit sich, mit seinen Eierenhöheren Selbst. Ja. Mit Gott. Ja. Und das erste Mal hat man Angst. Und darum sage ich, das ist wie beim Sex. Aber ich kann dir nur sagen, umso öfter du das magst, das Sterben, wenn du wüsstest, wie oft ich schon gestorben bin, hast du keine Angst mehr davor, weil du feststellst, du kannst dich nicht wegmachen. Ich habe ein paar Mal schon gesagt, geh örtet auf eine große Brücke oder auf ein Hochhaus und spring runter. Ich versichere dir als der, der ich bin, du wirst in dem Moment bloß wieder wach. Genau. Als irgendwer oder was. Bewusst oder unbewusst. Das dauert oft eine Zeit lang, dass das ein paar Mal passiert, bis du checkst, wer du eigentlich bist. Wenn du nicht vorher weißt, wer du bist, hast du ein Riesenproblem. Das ist dann immer wieder, was die Sagen wiedergeblieben wird. Das sind so vage, raumzeitlich religiöse Vorstellungen, die wirklich so trügerisch sind. Wenn ich in das Himmelreich komme und dann, weil du ja letztendlich deine Logik nicht dabei bist, du meinst dann, die Welt sieht immer noch so aus und dann triffst du wieder Menschen, wieder trocken aus. Da ist deine Logik dabei, darum mache ich immer dein menschliches Leben, zeige dir das doch schon. Das heißt, wenn du in die Schule kommst, hast du eine Riesenveränderung. Wenn du aus der Schule rauskommst, in die Pubertät kommst, würde ich das Zeug, was dich mit sechs Jahren interessiert hat, überhaupt nicht mehr interessieren. Das haben wir so oft durchgespielt. Wenn du 14, 15 bist, interessiert dich das Zeug, das dich als vier, fünfjährig interessiert hat, nicht mehr im Geringsten. Und ich sage, wenn du mit Anstand alt wirst, sollte dich spätestens mit 30, 40 Jahren das, was an 20-Jährigen interessiert, überhaupt nicht mehr interessieren. Da wirst du jetzt feststellen, da ist das Mango, wo ich immer wieder darauf hinweise, dass ab dem 20. Lebensjahr die große Masse eigentlich aufhört, um nicht zu wachsen. Da hat sich dieses weltliche Ego so festgefressen, mit Weltverbessern und Greta-Phänomen und die Welt retten und die Menschheit retten. Mach dir doch erst einmal Gedanken, was ist Welt eigentlich? Das, was du denkst, dass Welt ist. Ein Universum, schon das Wort Universum nicht richtig verstanden. Das sind eins gekehrte. Bring mir die Weisen deiner Welt, die du dir jetzt austräumst, die nur deshalb weise, dir weise erscheinen, weil du denkst, dass die weise sind, weil das auf deinem Programm drauf ist. Und ich werde dir zeigen, dass es die größten Schwätzer sind, die überhaupt herumlaufen. Du kannst einfach mal kurz drückspüren und dir dieses BD anschauen. Es sind reine Rezitiermaschinen, egal ob das ein religiöser Schwätzer ist, esoterischer Schwätzer ist und du musst das erst einmal für dich selbst akzeptieren. Jetzt denk an den, der du zu sein glaubst. Denk an den, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört und dann schau, was du alles glaubst. Wie du dir hundertprozentig sicher selbst reinpackst, dass das stimmt, was du glaubst. Weil es dir logisch erscheint. Ich sage mal wieder, was sollte denn ein Computer logischer erscheinen, unlogischer erscheinen oder logischer erscheinen, wie die Logik, mit der er arbeitet. Meinst du, dass dein Computer sich ein Virus einfängt und dir ganz viel gesagt macht, dass dein Computer als Ding an sich selber weiß, dass das unlogisch ist, was er macht? Wer definiert eigentlich, was logisch ist? Deine Logik. Ja. Das ist, dann gehen die Lügen, gehen dann los. Das ist ein bisschen, das Problem ist sehr tiefgreifend in der Demokratie, die freie Meinungsäußerung. Das ist so weit weg schon, wenn du anfängst, irgendjemandem zu verbieten, dass er das sagt, was er sagt, bist du kein Demokrat mehr. Um es schön in den kleinen Bereich seiner Logik zu halten, dass das Logik bleibt. Das heißt, primitives Basic-Betriebssystem wird alles tun, dass ja keine höherwertige Logik eindringt, weil von Basic aus gesehen ist das alles unlogisch. Das musst du bei dir erkennen, willst du, die in dir auftauchen, die du als böse, schlecht und gefährlich definierst, die du von dir versuchst anzuhalten. Das sind Wissenelemente aus dir selbst, die von dir ausgedacht werden, mit denen du nichts so genannt hast, weil du sie mit einer präkidiven Logik nicht verstehst. Grunde ist es einverstanden sein zu tun. Krankheiten sind nichts Böses. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Auslöser von Behandlungsprozessen. Ich stelle dich weg, weil du ja deine einseitige Vorstellung von gesund am Leben halten bist. Oder von jung. Jung ist dumm. Ne, Inge, wir wissen das. Jetzt wissen wir es. Unseren jungen Jahren. Ich war mal ganz scharf auf die Inge, aber dann habe ich es dann doch gelassen, weil das wäre Sex mit Minderjährigen gewesen. Inge, du wärst zwar meine Traumfrau, du bist bloß 2000 Jahre zu jung für mich. Tut mir leid, Udo. Tut mir leid, Udo. Das ist doch gut so. Ja, es macht auch Spaß. Ja, es ist halt einfach, es ist alles ganz anders, Leute. Und du weißt, es ist vollkommen, es ist nicht besser, wie das jetzige. Es ist vollkommen, was ich jetzt erzähle. Ich rede von Vollkommenheit. Ja. Du merkst immer mehr, wie unendlich geistlos wirklich die Masse der Menschen sind. Ich betone, wenn dir das nicht auffällt, dass das in erster Linie jetzt erst einmal für den Geld gilt, der du zu sein glaubst, weil du ja die Quelle bist für die Welt, die du erlebst. Du meine ich jetzt das blaue große Ich, den Menschen, in die du dich als Brüssel hineindenkst. Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied, ob du jetzt an den Udo denkst, ob du an einen Baum denkst, ob du an dich selbst denkst, ob du an eine Ameise denkst oder an den Universum denkst. Du tauscht in dem Moment letztendlich nur deine Vorstellungen, deine Informationen, die du vor dich hinstellst, die du dir ausdenkst, aus. Das ist übrigens sehr interessant, wenn du jetzt an Menschen denkst, dass du das mit Menschen da hast. Wenn du das jetzt verbildern willst, musst du dir einen Körper ausdenken. Das heißt, du kannst an Menschen, der normale Mensch, denkt sich den Menschen, das normale Menschenprogramm, das große blaue Ich, denkt, wenn es an einen Menschen denkt, immer nur an einen ganz bestimmten Körper. Wenn ich jetzt darauf hinweise, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst, dann denkst du sofort an den Körper, der jetzt vom Computer sitzt. Okay. Das ist aber nicht der Mensch, der du bist, bei der ja ganze Lebensgeschichte ist. Ich will aber auf was anderes hinaus. Diesbezüglich heißt es, wenn du jetzt an andere Menschen denkst, denkst du auch an den Körper, aber die Körper denkst du jetzt an dich rum. Natürlich mit dem Glauben, dass die auch da außen an dich rum sind, wenn du nicht an sie denkst. Das ist etwas, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wenn du jetzt weißt, dass du jetzt dran, stellt sich die Frage gar nicht mehr, dann weißt du, wenn ich jetzt Menschen, die an mich rumdenke, sind die in mir drin, weil ich mir die jetzt an mich rumdenke, aber die sind nicht um mich rum, sondern in mir drin. Und wenn ich nicht an sie denke, sind sie wieder weg. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Also das heißt, ich denke mir alle Menschen, die ich mir denke, immer nur als Körper, die sich um mich rum befinden. Wenn ich an mich denke, passiert das Ähnliche, dann denke ich zuerst einmal an den Körper, der jetzt vom Computer sitzt und ich, der sich das ausdenkt, denke jetzt um mich rum meinen Schädel. Wo habe ich ihn meine Augen? Das habe ich so oft gehabt. Das gilt aber nur für den Körper, den ich immer im ersten, Moment mir jetzt zuspreche. Sobald ich mir jetzt aber jüngere Körper zuspreche, ich war ja mal 10 oder 20 Jahre angeblich, dann denke ich das schon wieder zeitlich in die Vergangenheit, also auch außerhalb von mir, jetzt zeitlich weg. Immer daran denken, es ist kein Unterschied, ob du dir was räumlich oder zeitlich woanders hindenkst. Du erschaffst eine Entfernung. Ein Gefühl von Entfernung in Zeitung gibt es. Das Wort gibt es nicht, weil, ob ich jetzt sage, es ist 500 Kilometer woanders oder es ist 500 Jahre vorher gewesen in der Vergangenheit. Ich baue immer eine Strecke auf. Und jetzt haben wir, dass wir bei der Strecke, und das waren die letzten Selbstgespräche, dass sobald ich hier eine, bei Lichtgeschwindigkeit, du bist Geist und du denkst immer, weil du immer bist, denkst du zwangsläufig mit Lichtgeschwindigkeit, in dem Moment findet eine Zeitdilatation statt. Ich habe das in deinem letzten Selbstgespräch bebracht, und diese Zeitdilatation heißt eine Ausbreitung. Jetzt einmal ganz vereinfacht. Das heißt, schon bereit im Spiegel. Das ist wie ein Spiegeltunnel. Wir breiten einen Spiegel aus, der aber nur eine Illusion ist. Das heißt, ich denke mir jetzt, das heißt dann hier bei der Lorenz-Transformation, die Zeit wird zur Ewigkeit. Die dehnt sich aus. Das heißt, ich denke mir jetzt das Jetzt, und das dehne ich einfach in eine unendliche Zeitspanne aus. Das nenne ich mir Ewigkeit. Ob ich jetzt da eine kleine Strecke aufzeichne, oder die unendlich mache, spielt dabei keine Rolle. Und jetzt ist diese Strecke, besteht aus unendlich vielen Zeitpunkten. Den denke ich mir jetzt in einer Reihe, Inge. Aber sobald ich eine Strecke vor mich hinstelle, sind die Punkte in dem Stück, wo ich vor mich hinstelle, alle jetzt. Das heißt, diese Ausbreitung ist, wie wenn ich jetzt unsere Spiegelhüben-Spiegel drüben nehme, diese Riesenreihe an Spiegeln. Wenn ich das von der höheren Zeit nicht existiert gar nicht. Die sind alle jetzt in den einen ersten Reihe. Diese erste Reihe ist der Kopf der Schöpfer Gottes. Das heißt, jeder Zeitpunkt einer ausgedehnt vorgestellten Zeitreihe kann immer nur jetzt gedacht werden. Genau. Weil die sich alle jetzt befinden, Kategorie 3, und genauso passiert dasselbe, wenn ich mir jetzt Entfernungen ausdenke. Egal, wo ich mir räumlich was hindenke. Es ist hier und es wird jetzt gedacht. Das ist das ewige Hier und Jetzt. Das ist schon immer da. Jetzt bring mir irgendeinen, der das wirklich verstanden hat. Wenn du das verstanden hast, hast du keine Probleme mehr. Du hast keine Angst mehr. Vor was solltest du Angst haben? Vor Gedanken von dir? Hast du Angst, dass ein Gedanke von dir dich zerstört, was übrigens zwei Seiten hat? Das heilige Ganze. Ein Geist. Ich sage mal, ein träumender Geist, der nicht träumt, was ist der eigentlich? Ein nicht denkbares Nichts. Du beginnst zu leben in dem Moment, wo du zum Träumen anfängst. Das heißt, in dem Augenblick, wo du zu denken anfängst. Die Öffnung einer Existenz. Ken hat man gerade schon das Fundament. etwas überlegen und Lügen verbreiten. Das heißt, sobald du zu denken, DN heißt übrigens auf hebräisch Urteilen. Sobald du dich selber urteilst, das sind deine Divisionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen. Ich wiederhole immer dasselbe. Wieso wiederhole ich das? Jetzt, in dem Moment in dir, weil du es nicht verstanden hast, weil du immer noch dich ärgerst, dich immer noch leidest, immer noch dich selber verarscht mit Wünschen, wo du meinst, ich brauche das, um glücklich zu sein und mit Ängsten vor Gedanken von dir selbst, die von dir gedacht werden, die gar nicht existieren werden, wenn du sie nicht denkst. Stimmt oder stimmt? Ich sage, du kannst es weiterlaufen. Jetzt kommt der Widerspruch. Ich habe gesagt, in dem Moment, wo du zum Denken anfängst, in dem Augenblick, wo du lebendig warst, zerstörst du dich selber, ohne dich zerstören zu können. Nein. Das Heilige kannst du nie zerstören. Das, was du bist, ist etwas nicht Denkbares. Etwas nicht Denkbares kann nicht zerstört werden. Nichts kann nicht zerstört werden. Das ist das Schöne, wenn man nichts ist. Ja. Drum ist dieser Satz, wo ich sage, die Kleinsten werden die Größten sein. Was ist das Kleinste, was es überhaupt gibt? Es ist so klein, dass es nichts wird. Und das wird sich in dem Moment, wo du wirklich verstanden hast, was du bist, ich erkläre dir, was du bist, was du zu allem, was du dir ausdenkst. Und das ist eigentlich alles, was ein träumender Geist zu sehen bekommt in seinem Traum, in seinem roten Kopf, frei. Es sind doch nur Informationen von ihm selber. Es sind Formen, die er an ihm. Jetzt sind wir in der Physik bei unserer Energie, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird, ohne dass sich dabei an der Energie was verändert. Weil diese Energie was nicht denkbares ist. Ausgedachte Energie ist keine Energie, das ist eine Vorstellung von Energie. Ob wir jetzt das Windkraft, Windenergie, Atomenergie oder sonst was nennen, das sind schon wieder Vorstellungen. Wobei das Wort Atomenergie ein Oxymoron ist, in sich selbst, ein Widerspruch in sich selbst, weil die jetzt plötzlich eine Kantspaltung, Atome spalten, obwohl das Wort Atomos eigentlich das Utalware heißt. Das ist die Sünde. Das Entheiligen der Worte ist die Sünde. Das weißt dich in diese unvorstellbare Welt. Du sollst nicht ganz normal deine Rolle weiterspielen und die Verwandlung besteht darin, dass du immer mehr erkennst, das ist die Verwandlung, dass du dich dabei nicht veränderst, während sich deine Informationen verändern. Ein simples Utalbeispiel, der Leser eines Buches, der diesen Roman erlebt, in dem er selbst eine Rolle spielt, ausgedachterweise, ist am Ende des Buches immer noch derselbe Leser wie am Anfang. Jetzt denke ich mir eine Inge aus, hinter der Inge-Maske sitzt ein Geist, ein Geistesfunk und ich frage Inge, das ist so ein Musterbeispiel oder machen wir noch einfacher, jetzt denke mal an dich, an deinen Körper und jetzt du mal zurückblätternd in deinem Lebensbuch diese vielen Sachen, die du erlebt hast, wo du fasziniert warst, wo du neugierig warst. Jetzt frag dich einmal selbst, habe ich als erlebender Geist mich im Laufe meines bisherigen Lebens, das ich mir jetzt denke, in irgendeiner Art und Weise verändert, als Ding an sich. Nein. Ich bin immer noch derselbe Geist, ich habe bloß einen anderen Körper, wenn du dich jetzt in den Spiegel anschaust, denkst du, bist du entsetzt, blätter mal zurück und schau mal, die 20-jährige Inge die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, genauso jetzt, wie die jetzt sich eben. Und jetzt sind wir an die Seiten im Buch denken, wie du das Buch in der Hand genommen hast, waren all diese Bilder, bevor du reingeschaut hast, schon in dem Buch drin drin. Der komprimiert, wie in einer Datei, in einer Videodatei, die ganzen Bilder drin sind, obwohl da keine Bilder drin sind, merke ich, ich widerspreche mir schon. Da sind viele Bilder drin, obwohl keine Bilder drin sind. Da sind Geräusche drin, obwohl keine Geräusche und keine Musik drin ist. Weil das ein statisches Kontinuum ist, das wir erst in der Oberfläche lebendig machen können durch Ausdenken. Aber alles, was wir uns ausdenken, ist trotzdem in uns. Das ist wieder ein Widerspruch. Es kann doch nicht außen und innen gleichzeitig sein. Wir sprechen von innerhalb und außerhalb. Dann haben wir uns so ein Haar all. Das ist wieder der Gott, der hier eine Polarität erschafft in sich. Und das ist das ausgedachte Joch. Das Schöne ist, das musst nur du verstehen. Das musst du verstehen. Nicht, wie man Wörter auffächert. Ich will damit ja nur immer wieder dir eine Hilfestimmung geben, dass es da im Hintergrund eine göttliche Präzision gibt. Ich sage immer wieder, Holofeeling überragt. Alles an derzeitigen, weltlichen Wissen, egal wo du zurückgreifst, Philosophie, um Welt, um geistliche Welt. Es ist ein Riesengeschenk, wo die meisten, die die Chance hätten, nicht beachten, aufgrund ihrer Arroganz. Die werden halt noch leiden, weil sie nicht auf dich hören. Nicht, da ist nicht irgendein anderer schuld. Ich kann nicht oft genug sagen, jede Form von Gefühle, die du hast, werden maßgeblich einzig definiert durch dein eigenes Interpretations- und Wertesystem. Es ist niemals irgendein Reizauslöser, irgendetwas, was jetzt auftaucht, wo du keinen Einfluss drauf hast, als Träumändergeist, ist daran schuldig, dich schlecht fühlst. Psychisch wie physisch. Es ist eine zwanghafte Rechthaberei, einseitige Rechthaberei und eine zwanghafte Reaktion. Jetzt kommen wir zu dem Thema, wo liegt deine Freiheit? Du hättest prinzipiell die Freiheit, anders zu reagieren. Wenn doch nicht dein Ego wäre. Der Jetson, das Nicht-Einverstanden-Sein mit Veränderung, das Festhalten an ideologischen Strukturen, die natürlich, ich denke an die Geschichte mit dem Haar, auch richtig sind. Das ist das Verrückte. In einer vollen Insprung, sage ich, egal was einer behauptet, wenn der das als richtig ansieht, der hat Recht. Jede einseitige Vorstellung von richtig ist fehlerhaft. Jetzt denke ich an das Beispiel. Egal was du behauptest, du musst das Chatting verstanden. Das ist so simpel, wenn ich es immer wieder sage, das ist die Chats, die sich hier schichten, übereinander schichten. Das ist immer, immer die einfachen Beispiele. Du hast noch nie deine Küche oder deine Wohnung gesehen. Weil um was zu sehen, musst du ein Bild in dir aufbauen und sobald du ein Bild siehst, dieses Bild ist immer nur eine Facette aus einer höheren Kollektion. Das ist ja praktisch sicher. Wenn ich das behaupte, sage ich, das ist doch eine Spinne, ich kenne doch meine Wohnung. Ich sage, das behauptet ja keiner, dass du nicht kennst. Ich habe gesagt, du hast sie noch nie gesehen. Weil du eine Kollektion nicht sehen kannst. In dem Moment, wo ich alle Seiten in einem Buch gleichzeitig ausschauen will, muss ich das zuglappen und dann habe ich eine Kollektion von mir. Wenn ich da eine Seite anschauen will, muss ich das aufklappen. Und die Seite, die ich jetzt sehe, ist nichts anderes als ein Blickwinkel, wenn du in einer Wohnung in der Küche stehst und schaust in die Küche rein. Dann hast du ein Bild. Aber dieses Bild ist nicht die Küche, sondern es ist nur ein Bild aus dem Ort, den du Küche nennst. Das ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Aber das ist so elementar wichtig für dein Wohlergehen in der jetzt ausgedachten Zukunft, die sich natürlich immer nur hier und jetzt, was auf nächstes als dich zukommt. Das ist Ariane, wie in unserem Videospiel, wie man GDA gespielt hat. Ja. Du entscheidest jeden Moment, wie dein Leben weitergeht. Jede Entscheidung veränderst du deine mögliche Zukunft. Das können dann in dem ersten Moment schon wieder Angst machen. Wie gesagt, wenn dann wieder Angst kommt, hast du immer noch nicht verstanden, was du bist. Vor was hast du Angst? Darf ich eine Minute mich entfernen? Eine Minute? Als wenn wir da einen Einfluss drauf hätten, Ariane. Film läuft. Es ist ein Film, es läuft und es ist alles gut, so wie es ist. Das ist einmal daran arbeiten, sich soweit zu disziplinieren, nichts verändern zu wollen. Jetzt ist wichtig, was wir am Anfang sagten, bevor ich eingeschaltet habe, die Aufnahme eingeschaltet habe. Dass es kein Unterschied ist, ob du irgendwas in der Welt verändern willst oder ob du dann was verändern willst an dein Wertesystem. Ja. Du erinnerst dich? Ja. Die Sache mit dem blinden Arschloch, eine Prophezeiung, die ich gemacht habe vom ersten Mal hören, du wirst im Schnitt fast 20 Jahre brauchen, bis du diesen einfachen Satz verstanden hast. Jeder beobachte, egal auf welcher Ebene er in unserer Ich sich befindet. Wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist, bist du ein blindes Arschloch. Genau. Und die Vervollkommnung, das Hauptproblem liegt die Vorstellung, was stelle ich mir vor bei dem Wort Veränderung? Verbessern. Das heißt, dass ich immer irgendeine Erscheinung nicht haben will und das Gegenteil davon haben will. Ich will nicht krank sein, sondern gesund sein. Ich will kein Regen, sondern ich will einen Sonnenschein. Ich sage aber, die Veränderung, wir können nicht sagen, diese Einzelteile sind wie kleine Haas. Du musst was anderes dazu machen. Und du feelingst vollkommen nicht, indem der fehlende Bad vereinigt wird. Zum Sonnenschein gehört der Regen. Dann kann man beides zusammenklappen und es gibt dann was Neues. Zum Kreis gehört das Dreieck. Der wird zerkegelt. Sonnenschein und Regen wird zu Wetter. Dann sind plötzlich noch viel mehr Facetten da in diesem Chat wie bloß Sonnenschein und Regen. Es gibt ja viele Zwischenstufen, so wie unser Kreis und unser Dreieck als Schattenwölfe der Zweidimensionen, die ja nicht nur ein Kreis und ein Dreieck sind, erscheinen als Erscheinungsmöglichkeit, sondern viele Zwischenstufen. Das heißt, du bereicherst dich extrem. Wenn du aufhörst, immer nur das Gegenteil von dem anzustreben, was du nicht haben willst. Sondern wenn du dich darauf konzentrierst, dass ich die Vollkommenheit haben will und dann brauche ich zu meiner Seite das Gegenteil, wie ich zum Kreis ist Dreieck, um zum Kegel zu kommen. Und ich brauche beim Sonnenschein den Regen dazu, dass ich zu dem Begriff Wetter komme. Sehr, sehr Frage Vereinfachung. Das macht keiner. Man ist so bestrebt, das, was einem zuwider ist, zu bekämpfen. In der Politik, in der Religion, in allen möglichen Sachen. Und dieses Nicht-Einverstandensein ist die Quelle von Leid. Da muss ich keine Wörter auffächern. Ja, das stimmt. Jetzt kann man ganz groß, da wir jetzt, wir Brösel hier auf dem Bildschirm, die Inge, die Ariane und der Udo. Können wir jetzt Danke, Danke sagen, dass wir bloß Gedanken sind, weil für uns löst sich das Problem schon, wenn der, der jetzt uns ausdenkt, denkt, dann sind wir wieder in der Heiligkeit. Wir müssen nichts machen. Wir fallen als Brösel sofort mit in diese Heiligkeit. Wir waren da wirklich armgesogen in dem Moment, wo der uns nochmal denkt, der uns jetzt auskommt. Ein größeres Problem hat derjenige, der sich jetzt als Brösel vor den Computer hindenkt und sich dieses Video anschaut. Weil der, der sich jetzt selbst vor den Computer hindenkt, der wird feststellen, dass er es nicht so leicht hat, dieses Ding, das jetzt vor dem Computer sitzt, mit dem er sich noch verwechselt, der wird immer noch zwanghaft versuchen, das möglichst lang am Leben zu halten, weil er nicht loslassen kann. Von dem Wahnsinn wieder ein Gedanken von sich selbst zu verwechseln. Das ist ein starker Tobak, der sich sehr lange wiederholt, bis man dann zwangseneignet wird und dann wird eine höhere Instanz entscheiden, ob du dann bewusst wach wirst oder nochmal ein paar Runden in einem ungewöhnlichen Traum beträgst. Nochmal ein paar Leben in dich hineinprügelst. Klingt schon wieder wie eine Drohung. Nein, nein. Eine Drohung stimmt nicht. Ich sage, Kleiner, Schulklasse, wenn du nicht rechnen kannst, kommst du nicht in die nächste Klasse. Weil das nützt nichts, dass ich dir Physik beibringe, wenn du dir das kleine einmal einstimmst. Das kann also spürisch sein, wenn du mal anfängst, hier mit Freude zu lernen. Dann kommt das Kaufmannsdenken, Inge, erinnere dich ganz am Anfang, wo du sagst, ich kann mir die hebräischen Zeichen nicht melden, aber wie gesagt, dann hast du das in deinem Leben nicht zu lernen. Weil das wäre Kaufmannsdenken gewesen. Ich muss ja, der Uwe sagt, ich muss das wissen, du hast nicht zugehört, ich habe noch nie gesagt, dass du hebräisch kennst. Ich sage, du wirst ein Leben bekommen, wo dich das Brennen interessiert, so wie du dich jetzt in deinem Leben brennend für Astrologie und Alchemie interessiert hast. Das sind aber alles Untersysteme. Ich sage, warum immer bloß mit Untersystemen arbeiten, wenn man gleich sich mit dem Gesamtsystem beschäftigen kann. Das ist übrigens extrem einfach. Das ist auch so eine verfolgene haben, dass das, was so kompliziert klingt, extrem einfach ist und das einfach klingt eigentlich kompliziert. Lass doch einfach los. Mein Weidezaun Beispiel. Bitte helf mir, das tut so weh. Ich sage, lass doch einfach los. Ich kann nicht, ich kann nicht. Klammerst dich fest, weil du meinst, dein Leben hängt davon ab, dass du dich an dem elektrischen Weidepunkt hast. Und du willst frei sein. Bitte helf mir, dass ich frei wäre. Ich sage, lass einfach los. Hör auf, dich aufzuregen. Vertrau mir. Nein, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht. Und ich sage, dann muss ich die Spannung hochbringen. Du willst doch, dass ich dir helfe. Das ist genau dieses Prinzip, wenn die Welt auf dich einprügelt. Die Ursache ist deine Denkstruktur und deine Interessen. Das, was du dir selber einredest, was du zum Überleben brauchst. Was du brauchst, um glücklich zu sein. Es ist nicht deine Meinung. Ich kann immer wieder, Leute, Leute, ich sage jetzt bewusst, Leute, Medin, solange du in dieser Welt der Toten lebst, dass diese simpelen Beispiele mit Geschmack, mit Vorstellungen von richtig und verkehrt, ich habe einen Stammtisch, ich wiederhole es nochmal, ich gehe mal zurück, 76, 80, Chandra Walter, Saturday Night Fever, die Disco-Zeit, wo ich in die Disco-Tegen gegangen bin, eine ganz normale Welt wie die jetzige, bloß ohne Computer, im normalen Leben, ohne Handys, ohne CD-Player, kein Digital, gar nichts. Und jetzt kommt der große Hammer, wenn du damals, so habe ich zum Jo gesagt, zum Martin an einem Stammtisch, wenn du damals zum Anziehen, wenn man dir eine moderne Löcher-Jeans hingelegt hätte, du wärst nicht aus dem Haus gegangen und du hättest dich mit der Hose niemals in die Diskotheke getraut. Wenn man jetzt dir eine Frisur, du wirst wach und du hast die Frisuren, die jetzt die jungen Männer haben, du hättest eine Zipfel mit dir aufgesessen, weil du mit der Arschfrisur nicht, aus damaliger Wertesicht, Schönheitsvorstellung, wärst du gar nicht auf die Straße gegangen, du hättest dich geschämt, weil du aussiehst wie ein Nazi. Das ist normal gewesen, es war normiert, so wie das jetzt hier normiert ist. Ein Zungenbiersing-Beispiel, der Du's, zu der Zeit, es ist nicht besser geworden, es ist immer gleich geblieben, du hast ein Programm, deine Vorstellung von Schön, gerade die ganzen jungen Menschen, das ist, wenn ich jetzt immer wieder Beispiele mit der Greta, egal ob es das die Greta ist oder andere sind, es ist eine Programmierung von einer Meinung, die sowas von Hornibus-Fehlerhaft ist. Das ist dumm. Ja. Das weißt du genauso. Du hast einen gewissen Intellekt, der dir logisch erscheint und mit dem Intellekt baust du deine Weltbestellungen, deinen Geschmack, deine Gefühle sind abhängig von dem Schwamminhalt. Klar. Und es ändert sich. Dein Geist ändert sich. Die Gnete wird ständig umgeformt. Das ist eine ständige Verwandlung. Wenn du das einmal akzeptierst, dass du die Verwandlung zulässt, du musst nichts tun, es passiert von alleine. Ja. Schön. Dann habe ich mit den Leuten, ich wiederhole nochmal, die da sind, mein Leben verändert sich ja nichts. Ich sage, wie blind bist du denn? Jeder Moment verändert sich. Die Gnete, jeden Gedanken, den du denkst, ist eine Veränderung von dir selbst. Das verändert sich bloß nicht so, wie du das haben willst. Warum? Weil du einseitige Scheißziele anstrebst. Ich will doch nur glücklich sein. Glücklich sein ist das Gegenteil von unglücklich sein. Warum willst du nicht der werden, der das erlebt? Ja. Der bist du nicht, solange du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst. Weil du meinst, der Gedanke von dir erlebt, der Gedanke, den du ich nennst, Materie, der Körper ist vergängliche Materie, ist eine Erscheinung, eine Form. Ja. Er ist es nicht, eine Information. Ja. Da kannst du nicht schauen, ob du es verstanden hast, ob du es wirklich verstanden hast. die intellektuelle Begriffe sind wir oft drauf eingegangen, ist die eine Seite. Das Schöne ist, das normale Leben, dass du ganz normal weiterlaust. Es läuft nie weiter dein Traum. Du wirst aber feststellen, dass dann wirklich die Wunder passieren. Wenn du den Punkt erreicht hast, passieren die Wunder, das hast du mal im Kleinen. Ich sage jetzt mal, nur jetzt in unseren Chatordner, und das geht jetzt nicht, wenn einer nicht in den Chatordner ist, der immer angesprochen wird, das ist kein Hexenwerk. Geh einfach auf die Internetseite holofeeling.de von der Diana, und dann gehst du einfach mal in die alten Updates rein. Unser BC, den wir uns jetzt ausdenken, der ist zur Zeit in die alten Updates hier. Vor 10, vor 20 Jahren. Und der sagt, Udo, das ist der Wahnsinn. Da sind zwar viele Videos nicht drin, aber da hast du ja jetzt Ariane, großes Werk mit der Christa noch, diese 10 oder 13 Bände, wo ihr damals noch drunter geschrieben habt, zumindest, weil viele Videos auf YouTube gelöscht sind. Und ich kann es bis heute ergänzen. Das kann ich noch mal ergänzen, weil ich das bis zum heutigen Tag immer noch ergänzt habe. Also Clips, die jetzt nicht benannt worden sind, die sind benannt in meinen Dokumentationen. Ja, das sind ja auch viele, Entschuldigung, dass ich die ins Wortfall, viele YouTube, wenn du anblickst, sind immer online, die sind schon noch drin, bloß unter einer anderen Adresse. Ja, aber wenn man den Titel... Du und die Christa, ihr habt ja immer unter die YouTube-Videos drunter geschrieben, was das für ein Video ist. Wenn es ein Musikvideo ist, muss man es halt dann suchen. Dann alle nicht, aber etliche viele findet man da trotzdem noch unter einer anderen Adresse. Aber das ist unwichtig. Es ist so unendlich Weisheit. Diese YouTubes, das ist ja, glaube ich, fast 6.000 Seiten, müssen das fast sein, mittlerweile aneinander. Nur die YouTube, die ihr gemacht habt, die ihr bearbeitet habt, in die Ordner. Okay. Soweit ich mich grob erinnere. Diese 12 oder 13 Bände oder was. Und das ist einfach vom Lesen, wenn du merkst, da ist jede Kleinigkeit, jetzt diese ganzen Liebesgeschichten. Jetzt ist er beim Redo, lange Zeit ist er seinen Hensenblog nicht gegangen. Der war auf Drogen gesperrt und er konnte nichts machen, jetzt geht er wieder. Stell dir jetzt wieder aus dem Chat die Sachen rein. Ist natürlich nur für den interessant, den es interessiert und das bist du. Du weißt aber nicht glauben, dass irgendeinen anderen, den du dir jetzt ausdenkst, dass das interessieren könnte. Meinst du, deine Gedanken interessieren sich für irgendwas? Es ist jetzt ein Fragezeichen dahinter und du musst jetzt sagen müssen, ja, wenn du das glaubst, dann wird es den Eindruck haben für dich, dann sind da viele, die sich dafür interessieren. Aber das nützt deinen Gedanken trotzdem nichts. Du musst der Erste sein. So ist es. Du bist die Quelle für die Welt, die du dir ausdenkst. Und wiederhole ich immer wieder, egal an was du denkst, das entsteht in dem Moment, wo du es denkst, das ist genauso wie du es denkst und wenn du es nicht mehr denkst, fällt es wieder endlich rein. Und im selben Moment, Mom End, fehlt der nächste Gedanke. Fehler. Mom. Das ist dieses Mom. Das ist eine absolut wertfreie Beschreibung von dem, was jetzt in dir passiert. Wir wissen ja, das Passieren, ein Vorüberziehen. Das Problem ist, es kommt nicht aus der Zukunft und läuft in die Vergangenheit, sondern es passiert, es kommt aus dir und wechsel dich ständig aus. Darum spielst du ja auch eine Rolle in diesem Leben. Du spielst die Rolle dessen, der jetzt vorm Computer sitzt. Und ich sage jetzt nicht, der sich dieses Gespräch anhört, der, der vom Computer sitzt, den du dir jetzt ausdenkst, der hört dieses Gespräch. Du hörst es. In der Richtung muss man sehr, sehr präzise machen. Okay, ihr zwei. Gibt es sonst noch was Schönes? Ja. Gibt es was? Nee. Von meiner Seite jetzt gerade nicht. Wieso muss ich euch denn mit Liebeslieder noch zuscheißen? Ja, die sind ja wieder spitze gewesen. Ja. Das alleine ist schon das Abo im Himmel wert. Der große, der große Inspirator, dass du dir immer eins klar machen musst, dass egal, wen du dir denkst, der entsteht in dem Moment, wo du dir denkst. Wir haben am Anfang, bevor ich die Aufzeichnung eingeschaltet habe, jetzt traumzeitlicher Schnickschnack, habe ich erklärt, wenn wir die Heisenbergsche Unschärfe-Reaktion nehmen. Ja. Das ist, jetzt muss dir klar sein, der Heisenberg entsteht jetzt, war ich dieses Wort. Wo war jetzt die ganze Zeit ein Heisenberg? Meinst du, der hat in der Vergangenheit gelebt? In dem Moment, wo du dir eine Figur ausdenkst, erschaffst du die hier und jetzt, die entspringt aus deinem Schwamminhalt, aus deinem intellektuellen Ordner und der hat natürlich dann das entdeckt, weil wir das denken. Ja. Wenn du jetzt dann ich bist, ich sage jetzt einfach einmal, es gibt in dem Bücherregal auch ein Leben Heisenberg. Die Bücher waren immer vom selben Geist gelesen. Das ist dann der JCH. Der, sobald er in der Hand nimmt, zu dem roten Ich wird, mit dem blauen Ich in Verbindung eine Rolle spielt. Und jetzt ist mit den Wassermolekülen, ich bleibe einmal bei den Wassermolekülen, ist ein einfacheres Beispiel. Wer hat die eigentlich entdeckt? Ich sage, da gibt es nichts zu entdecken. In der klassischen Form einer Vorstellung, Bruch des zweiten Gebotes, dass da außen eine Welt ist, mit dem der Erlebende nichts zu tun hat und die Welt erforscht wird. Das ist ja der Stand der Naturwissenschaften. Wir haben da außen eine Welt angeblich mit Naturgesetzen und die Naturwissenschaft hatte im Laufe der Jahrhunderte erforscht. So bist du programmiert. Ja. Ich sage, nein, da ist es, Programm ist zuerst da und das simuliert jetzt diesen virtuellen Raum, diesen ausgedachten Raum, wie bei einem Computerspiel. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel Wassermoleküle entdecken will, da kann ich nichts entdecken von da außen. Das heißt, ich muss da sitzen und es muss mir einfallen, dass das so und so sein könnte. Es kommt immer, die wirkliche Weisheit, das neue Wissen, kommt immer aus dem Denker heraus, weil die ganzen Sachen, unser Rudolf Herz, der hat die elektromagnetische Strahlung entdeckt. Das ist wie Wassermoleküle, da gibt es nichts zu entdecken. Das heißt, jetzt angenommen, wir hätten jetzt Funkstrahlen von Radios und die Menschheit wüsste das nicht, die wären schon immer da gewesen. Wie würdest du das entdecken, dass da jetzt Fernsehsender und Radios um dich herumspackt? Das ist elektromagnetische Strahlung. Da kannst du mal aglesen, der Herz hat den Nobelpreis dafür gekriegt, weil er das entdeckt hat. Und dann selbst im WGB, der habe ich erwähnt, anhand von Berechnungen. Aber das muss ihm ja eingefallen sein. Das heißt, mir fällt etwas ein, es wird auch im Laufe der Zeit verwirklicht. Darum ist ja auch hier zum Beispiel ein Läsch, wenn man dann die Geschichte der Naturwissenschaft, dass er hier schon vor 30 Jahren der und der diese Elementarteichen vorhergesehen hat, anhand von Berechnungen, die man mittlerweile in den Deichenbeschleunigern dann auch beweisen kann, also entdeckt hat. Das sind alles selbst erfüllte Prophezeiungen. Du bist der Wahrsager, wir sind wieder der Lügner, der Schwätzer. Du verwirklicht das Geschwätz. Und jetzt, wenn ich das geistreich sehe, unsere Wassermoleküle, das H2O mit Holophilin, mit der göttlichen Alchemie, dann wirst du feststellen, dass diese zwei H in unseren Jahwe zum Kreisen anfangen. Denn das ist H2O. Die ganze Mendeleysche Periodensystem können wir durchdrehen. Zu seiner Zeit konnte er ja gar nichts entdecken. Das sind Ideen. Unsere DNA, habe ich so oft gesagt hier, das sind Vorstellungen, die als bewiesen gelten und dann immer die, ja, aber man kann doch anhand einer Haarschuppe oder sonst was genau feststellen, von wem die ist, anhand der DNA-Analyse. Ich sage, ja, bezweifelt doch keiner. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Die Ursache ist dein Glaube. Würdest du es nicht glauben, wäre es in deiner Welt nicht. Würdest du das nicht wissen, würdest du dir das nicht ausdenken, dann würde es in deinem Traum erst gar nicht in Erscheinung drehen. Bei der Inge auf der Seite 20 hat es keiner, die hätte gar nicht dran auf die Idee kommen, sich Handys auszudenken auf der Seite 20, obwohl die schon da war. In ihrem 20. Lebensjahr oder Computer zu denken. Da haben wir andere Probleme gehabt. Ne, Inge? Ja. Die waren aber trotzdem schon da innerhalb dieses Buches. Aber schöne Probleme. Zeit fällt in einem Punkt zusammen. Das ist es ewig hier und jetzt. Und der Raum fällt in einem, auch in einem Punkt zusammen, das ist es hier. Ja. Das ist kein Geschwätz. Das heißt, wenn du das, deine chronologische, raumzeitliche Vorstellung nicht opferst, was du leidst, ich betone das nicht, um dir zu drohen, um das abzuschließen. Ihr wisst, wie oft ich gesagt habe, wenn ein Vater zu seinem Sohn sagt, lang nicht auf das Kind, lang nicht auf die heiße Herdplatte drauf, du wirst dir bitter, bitter, böse weh tun. Dann droht er nicht, sondern er warnt. Ich warne dich. Ändere vervollkommen nicht dein Denken. Vervollkommen nicht dein Denken. Weil ich lasse Zeiten auf dich zukommen, wo du dir vor Angst in die Hosen schreist, egal wie alt du bist. So die Richtung, die jetzt du eingeschlagen hast, aufgrund des Intellekts, dem Fehler in dem Führerscheinprüfungsbogen, die du absolut wieder besserem Wissen einfach ignorierst. Das ist das, wenn du Holofeeling studierst. Seelig, die die Holofeeling nie in die Hand bekommen. Wieso? Weil das nur Gedanken von dir sind, die sowieso keine Probleme. Die Probleme eines Menschen, den du dir ausdenkst, sind die Probleme, die du diesen Menschen zusprichst. Weil der Mensch als Ding an sich, den du denkst, bloß ein Gedanke von dir ist, der sich schon wieder auflöst, wenn du ihn nicht mehr denkst. Und jeden Menschen, den du dir denkst, der entsteht in dem Moment, wo du ihn denkst. Und der wird so sein und die Probleme haben, die du denkst, dass er hat. Obwohl er als Ding an sich, als Gedanke, als reine Information, überhaupt kein Problem. Und wenn du ihn nicht mehr denkst, lösen sich auch dieser Mensch mit seinen Problemen auf. So, und jetzt musst du nur noch begreifen, dass du selbst dieses Ding, das jetzt vom Computer sitzt, weil du jetzt dran denkst, auch bloß ein von dir ausgedachter Mensch ist. Wenn du das verstanden hast, dann öffnet sich für dich eine neue Gedanke. Okay? Jetzt spielen wir noch eine Runde und wir haben noch ein Stück zum Landen. Ja, sicher. Das wäre ja langweilig. Tschüss, ich lenk mich dann aus. Ja. Danke, Udo. Danke, Udo. Tschüss. Tschüss, Zerbos. Untertitelung des ZDF, 2020